Hallo, Sie haben Post bekommen zur Wahl der Seniorenvertretung. Sie vertritt die Interessen der Älteren in der Stadt und berät die Politik und öffentliche Einrichtungen. Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen und die vielen Zettel ausfüllen, denn die SVK vertritt auch die Interessen der Menschen, die hier ihre neue Heimat gefunden haben. Und hier in einer lebenswerten Stadt alt werden wollen. Wählen Sie!